Oh, Herr Röder! Herr Röder! Herr Röder! Herr Röder! Dina Wilborn, bitte. Hast Du irgendwelche besonderen Pokal-Highlights schon mal gehabt? Oder bist Du... Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also... Bist Du da irgendwelche Geschichten wie Du... Ich habe gehofft, die Frage kommt nicht. Also ich muss sagen, dass ich noch nie über die zweite Runde hinaus gekommen bin. Wenn ich da mal dazwischen grätschen darf, zu mir hat er auch gesagt, ich habe in Düsseldorf noch nie verloren. Hat er recht. Deswegen waren meine Pokal-Highlights sicherlich rar gesehen. Also wenn wir die erste Runde überstanden hatten, dann sind wir in der zweiten gescheitert und Losglück hatten wir dabei auch nie. Aber wie gesagt, das kann man immer ändern. Und das hoffe ich, dass wir damit morgen anfangen können. Ich habe viele SMS von Freunden bekommen, die zu den Blauen halten. Die Schalker unter uns, die haben mir viele SMS geschrieben, schon bei der Auslosung und freuen sich auf das Spiel. Und haben einige Prämien ausgesetzt, wenn wir die Dortmunder raushauen. Also ich hoffe, dass ich diese Pokal-Serie, dass ich nie über die zweite Runde hinauskomme, morgen brechen kann, ganz klar. Wenn ich hierher habe, kann ich das sagen. Vielen Dank.